Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich möchte euch heute meine Top 10 Neuerscheinungen aus dem englischsprachigen YA-Fantasy-Bereich vorstellen, die im nächsten halben Jahr rauskommen und auf die ich mich schon sehr freue. Deswegen ganz viel Spaß beim Video. Das Jahr 2020 ist tatsächlich schon wieder fast zur Hälfte rum, was einerseits irgendwie schon gut ist, denn 2020 war doch ein etwas schwieriges Jahr, um es mal so auszudrücken. Andererseits ist es auch irgendwie kaum zu glauben, dass wir doch schon wieder im Juni sind, fast Juli, also wirklich schon das Jahr wieder zur Hälfte durch haben. Denn es ist so viel passiert, dass es einem vorkommt, als wären schon zwei Jahre vergangen oder halt auch noch gar keine Zeit. So kommt es mir zumindest vor. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Trotzdem dachte ich mir, es wird Zeit, jetzt nachdem auch von so gut wie allen Verlagen die Forschern draußen sind, wieder eine Neuerscheinungsreihe zu machen und heute bekommt ihr das erste Video dazu. Auch wie im Januar schon die Neuerscheinungen im YA-Fantasy-Bereich, also aus den USA und UK. Ich weiß gar nicht, ob UK wirklich dabei ist, aber Hauptsache hauptsächlich aus den USA, die dort neu erscheinen. Und ich habe mir zehn Bücher rausgesucht, die auch auf meiner Wunschliste stehen, auf die ich schon sehr gespannt bin und die alle sehr cool und unterhaltsam klingen. Und die möchte ich heute etwas näher vorstellen. Ja, und da es doch eine ziemlich lange Liste ist und ich einige Bücher durchzugehen habe, fangen wir gleich mal an. Wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal hier runtergucken muss. Ich habe meinen Laptop hier vor mir stehen, wo auch meine Wunschliste schon drauf ist, damit ich euch noch wirklich alles richtig erzählen kann. Und den Anfang macht The Princess Will Save You von Sarah Hanning. Das Buch erscheint am 7. Juli, also schon ganz, ganz bald. Und es ist quasi eine Neuerzählung von The Princess Bride, also Die Braut des Prinzen. Das ist ja auch tatsächlich ein Buch, aber vor allen Dingen bekannt sein sollte, glaube ich, der Film von William Golding oder so? Goldman? Also der ist schon sehr alt, aber trotzdem sehr geliebt und es gibt so ganz viele Zitate und Memes und GIFs dazu. Und es ist auch ein wirklich toller und schöner Film, den ich auch auf die, von dem ich hier habe. Und dieses Buch interpretiert das Ganze doch etwas neu und etwas feministisch, wie auch der Titel schon verrät. The Princess Will Save You. Denn wir folgen hier der Prinzessin Amarande, 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 Amarandi, ja, so Fantasy-Namen sind manchmal schwierig, deren Vater auf mysteriöse Weise stirbt und in ihrem Land kommt Unruhe auf und sie ist tatsächlich erst 16 Jahre alt und steht vor einer schweren Entscheidung, denn das Nachbarkönigreich versucht sie dazu zu zwingen, eine politische Allianz durch Heirat zu gehen. Und um noch ein größeres Druckmittel zu haben, entführen sie ihre große Liebe, den Stalljungen Luca, um sie halt dazu zu zwingen, diese Ehe mit einem Fremden einzugehen und Macht über ihr Königreich zu erlangen. Aber was sie nicht wissen oder was ihnen vielleicht nicht so bewusst ist, Amarande ist tatsächlich nicht als hilflose Prinzessin aufgezogen worden, sondern als Kriegerin. Und sie macht sich jetzt daran, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern macht sich auf den Weg, um Luca zu retten und gleichzeitig auch ihr Königreich. Und allein der Titel und so diese Prämisse, feministisches Princess by Retelling, hat mich schon interessiert und begeistert. Und ich meine, dieses Cover ist auch wunderschön, aber einfach auch dieser feministische Spin aus so einem geliebtes Märchen oder so eine geliebte Geschichte. Und einfach mal, dass die Prinzessin nicht schwach im Turm sitzt und darauf wartet, gerettet zu werden, sondern dass sie diejenige ist, die das Retten übernimmt. Also, ich freue mich drauf. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Und Feminismus ist, glaube ich, auch so ein Thema, was sich ein bisschen durchziehen will, zumindest auch beim nächsten Buch. Und das ist Cinderella is Dead von Caelan Byron, das auch am 7. Juli erscheint. Und ich finde auch, dieses Cover ist doch wohl wunderschön. Es ist ein Märchen-Retelling, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, Cinderella. Und das ist doch eine sehr düstere, sehr grausame Neuerzählung, Neuinterpretation des Märchens. Denn das Ganze spielt 200 Jahre, nachdem Cinderella ihren Prinzen gefunden hat. Und um diese wunderbare Sache zu feiern, findet jedes Jahr ein großer Ball statt, bei dem die jungen Frauen des Landes teilnehmen müssen. Und ja, die jungen Männer des Landes von edlem Stand sich dort ihre Braut aussuchen, ihre Prinzessin. Nur die Mädchen, die dort nicht ausgewählt werden, verschwinden auf mysteriöse Weise. Und in diesem Jahr ist die, ich glaube, sie ist auch 16-jährige Sophia. Ja, Sophia hätte auch Sophie sein können. Sophia dran, die eigentlich viel lieber mit ihrer großen Jugendliebe Erin durchbrennen würde oder glücklich werden würde. Und wie ich das verstehe, ist das, glaube ich, auch eine Female-Female-Romance. Nur um dann diesem ganzen, zu entkommen dieser ganzen Prozession, dieses ganzen Prozesses und vielleicht auch einem grausamen, düsteren Schicksal, flieht sie von diesem Ball und versteckt sich im Mausoleum von Cinderella, wo sie dann Constance begegnet. Und Constance ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, eine Nachfahrin von Cinderella und deren Stiefschwestern. Und zusammen versuchen sie jetzt, den König zu stürzen und dem ganzen Cinderella-Mythos, der ganzen Legende, um Cinderella auf den Grund zu gehen und entdecken dabei vielleicht auch, dass es nicht so ist, wie es scheint und nicht so ist, wie man es ihnen weismachen wollte. Ich meine, feministisches Cinderella-Retelling mit ganz viel Representation und diesem wunderschönen Cover. Ich muss es haben. Einfach auch nur, ich liebe Märchen-Neuerzählungen und das klingt so nach einer richtig empowernden, tollen Geschichte. Besonders auch, weil Cinderella eigentlich gar nicht so meine Lieblingsgeschichte ist, weil einfach ihr Glück ja darum besteht, dass sie einen Prinzen findet. Und das ist, ja, nee. Sehe ich in der heutigen Zeit nicht, aber diese Geschichte setzt dem Ganzen, glaube ich, einen Spin, mit dem ich mich gut anfreunden könnte. Das nächste Buch habe ich tatsächlich bei einer Booktuberin aus dem amerikanischen Bereich entdeckt und war sofort intrigued und musste es sofort auf meine Liste setzen. Und zwar ist das Star Daughter von Shweta Takra. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Es ist auf jeden Fall ein Hindu-Name. Und das ist, also ich musste nur die Prämisse hören und war schon begeistert, denn das ist so eine Art Mischung aus Stardust von Neil Gaiman. Es gibt auch diesen, das Buch habe ich nie gelesen, aber es gibt diesen ganz, ganz tollen Film mit Claire Danes und Ben Barnes. Und ich habe ihn als Kind geliebt und könnte ihn eigentlich immer wieder gucken. Und Hindu-Mythology, also auch Mythologie und diese Stardust-Geschichte. Denn die junge, wie heißt sie gleich, Sheetal, ist die Tochter eines Menschen, menschlichen Vaters und eines Sterns. Und sie ist dann mit ihrem Vater auf der Erde aufgewachsen, nur hat sie ihren Vater jetzt etwas in Bedrängnis gebracht, in Schwierigkeiten, dadurch, dass ihre Sternenfähigkeiten aufgekommen sind und ihn ins Krankenhaus gebracht haben. Und nur die Macht eines vollständigen Sterns, wie ihre Mutter einer ist, könnte ihren Vater retten. Und so macht sich Sheetal auf den Weg zum Celestial Court, also zum Hof der Sterne im Himmel, und nimmt dort den Platz als Champion ihrer Familie ein, in einem Wettstreit der himmlischen Familien, um zu bestimmen, welche himmlische Familie wohl regieren soll als nächstes. Und sie muss diesen Wettstreit aber unbedingt gewinnen, denn sonst riskiert sie es, niemals zu der Erde zurückzukommen und ihren Vater nicht zu retten. Und das klingt so cool, ich finde dieses Cover ist traumhaft, wunderschön. Ich kenne mich in Hindu-Mythology so überhaupt nicht aus, aber das klingt so spannend und so cool und diese ganze Prämisse mit einem Stern, der auch so quasi gefallener Stern, dass man ein Tochter von einem Menschen und einem Stern ist. So dieses ganze fantastisch-mystische, klingt einfach faszinierend und super interessant und dieses Cover, also eine Geschichte, die mich super interessiert und die ich auch voll gerne bei mir einzählen lassen will. Buch Nummer 4, was ich für euch habe, ist Where Dreams Descent von Janelle Angelis und das erscheint am 1. September. Das wurde tatsächlich nach hinten verschoben, eigentlich sollte das glaube ich auch im Juni oder Juli erscheinen, aber aufgrund der aktuellen Situation und dadurch, dass auch die Auslieferungen im Verlag usw. beeinträchtigt sind, wurde dieses Buch nach hinten verschoben, aber solange es jetzt trotzdem rauskommt, können wir uns freuen. Ich meine, auch mal hier wieder dieses Cover, also Cover Game ist wieder on point. Ich liebe ja sowieso US-amerikanische Buchcover im YA-Bereich, weil die einfach so wunderschön sind. Aber ich bin halt auch ein Cover-Opfer, was wir mal machen. Aber auch hier klang die Prämisse ziemlich cool. Das ist so ein bisschen Richtung The Night Circus von Aaron Watt, nee, Aaron Morgenstern. Also es geht um drei verfeindete, konkurrierende Magier, die in einem Wettstreit bestimmen sollen, wer der nächste große Act eines magischen Zirkus werden wird. Und dabei geht es aber tatsächlich auch um Leben und Tod. Und wir haben drei Protagonisten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also der Klappentext gibt auch nicht so viel her. Aber wir haben auf jeden Fall The Star, Callia, ein mächtiges Showgirl, das beweisen will, dass sie die Beste ist, egal was es kostet. Dann The Master, Jack, der charismatische Besitzer des Clubs, der mehr als nur eine Lüge erzählt oder hinter dem sich mehr als nur eine Lüge verbirgt. Und dann The Magician, DeMarco, der zurückhaltende, etwas düster, broody, mit einer dunklen Vergangenheit, die er nicht länger verbergen kann. Und diese drei Protagonisten bewegen sich auf einem Kollisionskurs, denn sie alle wollen der Headliner werden. Und bei ihnen allen steht viel auf dem Spiel, dass sie zu beschützen bereit sind oder wofür sie alles tun würden. Nur kommen da, wie ich das richtig verstanden habe, auch noch Gefühle ins Spiel, die das Ganze etwas komplizierter machen. Klingt spannend, klingt düster, klingt magisch. Auch so ein perfektes Buch für die Herbster. Deswegen bin ich auch nicht ganz froh, dass sie das Ganze nach hinten verschoben haben und es dann so zum Herbst hin rauskommt. Denn ich glaube, das ist die perfekte Geschichte, um sie dann in dieser Jahreszeit zu lesen. Okay, ich habe gerade nochmal geguckt. Bei Amazon stehen irgendwie zwei verschiedene Daten drin, halt den 1. September, den ich euch genannt habe, und auch der 25. August, also wird es wahrscheinlich in diesem Zeitraum erscheinen. Und das ist wichtig, weil es sonst meine ganze Reihenfolge nicht anbringt. Denn ich will noch ein Buch erwähnen, auch nur kurz erwähnen, weil es ein dritter Band einer Reihe ist, die rauskommt und auf die ich mich eigentlich schon sehr freue, besonders auf dieses Buch, denn die anderen beiden, die beiden Reihe habe ich da oben irgendwo im Regal stehen. Und das ist Rain von Cora Carmack, der dritte Band ihrer Storm-Hart-Reihe, die ja leider im Deutschen auch nicht weiter übersetzt wurde. Aber ich liebe die englischen Bücher, also zumindest den ersten, und ich liebe diese Cover, unglaublich. Und das soll potenziell am 25. August erscheinen. Ist jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher, weil bei Amazon steht es auch als nicht gelistet, der ist ja nicht verfügbar. Und ja, bei Goodreads ist es auch irgendwo, dass es erst im September erscheint. Aber auf den Seiten der Autorin findet man auch nichts dazu, dass es jetzt verschoben wurde oder doch ausfällt. Wir müssen abwarten. Ich hoffe einfach, dass es rauskommt, denn bei Cora Carmack, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ist es ja auch manchmal ein bisschen schwierig, denn sie leidet an Epilepsie und ist davon sehr stark beeinträchtigt. Und das kann natürlich auch in der aktuellen Situation aufgrund des ganzen Stresses und der ganzen Situation durchaus auch immer wieder hochkommen. und sie darf durch vielleicht beim Schreiben oder so beeinträchtigen, deswegen weiß man es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall jetzt auf ihrer Seite nicht so richtig dazu gefunden, dass es nicht rauskommt. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es wirklich erscheint und ich es dann hier einziehen lassen kann und dann die ganze Reihe zu Ende bingen kann. Denn ich liebe sie einfach. Und das ist nur ein Buch, was ich erwähnen wollte. Wie gesagt, zum Inhalt kann ich gar nicht viel sagen, weil ich mich sonst selber spoilern würde, aber auch dieses Buch erscheint und ich freue mich. Dann erscheint ein Buch von einer Autorin, die ich Anfang des Jahres schon so ein bisschen für mich entdeckt und lieben gelernt habe. Und zwar ist das Adrian Young mit Fable. Der erste Band, ich glaube es ist einer Dialogie, der Fable-Dialogie. Und auch dieses Buch erscheint am 1. September und wahrscheinlich auch ziemlich sicher. Da sind sich die Teilen auf Amazon wohl einig. Und hier folgen wir der jungen Fable, die in einer Welt lebt, die vom Meer bestimmt ist und auch so ein bisschen von Menschen regiert werden, die die Schätze des Meeres ernten und für sich nutzen können. Also so ein bisschen so piratisch, handelsschiffsmäßig. Ziemlich cool klang das Ganze. Ich meine, auch dieses Cover ist wieder traumhaft. Und Fable wird nach dem Tod ihrer Mutter, nachdem ihre Mutter in einem Sturm grausam ertrinkt und sie die Dunkelheit des Meeres kennengelernt hat, von ihrem Vater auf einer fast verlassenen Insel ausgesetzt, mit wenig Essen, wo es viele Diebe und zielrichtige Gestalten gibt. Und Fable muss dort dann lernen, zu sich selbst zu stehen, die Fähigkeiten, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, zu nutzen, um dieser Insel dann wieder zu entkommen, um ihren rechtemäßigen Platz an der Seite ihres Vaters einzufordern. Und so sucht sie sich Hilfe beim jungen West, einem angehenden Händler wahrscheinlich, der ihr dabei helfen soll. Nur hat ihr Vater sich während ihrer Trennung doch noch einiges mehr an Feinden gemacht und einige Schwierigkeiten mehr angehäuft. Und auch West scheint nicht der zu sein, der er vorgibt zu sein. Und die beiden müssen dann lernen, diese ganzen Intrigen und schwierigen Gezeiten zu navigieren. Klang mega spannend, wie gesagt. Ich habe Adrian Youngs Schreibstil Anfang des Jahres bei Sky and the Deep sehr lieben gelernt, sehr schätzen gelernt. Auch ihre Art, Geschichten zu erzählen und ihre Art so Romanzen, Romantic Tension aufzubauen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und auch was hier als Prämisse drüber steht. Trader, Fighter, Survivor. Ist so die Tagline. Und Fable klingt einfach so toll und ich freue mich so. Und dieses Cover ist so wunderschön und ich will es lesen. Und ja. Dann erscheint am 8. September ein Buch, auch das ich auch super gespannt bin. Einmal wegen des Covers und dann wegen den Autorinnen, die es geschrieben haben. Und zwar ist das The Other Side of the Sky von Amy Kaufman und Megan Spooner. Und wem diese Namen jetzt etwas sagen, die sie bekannt vorkommen, sie haben auch die Star irgendwas Trilogie, Starbound Trilogie geschrieben, die auch im Deutschen übersetzt wurde. Mit, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Ich habe sie auf jeden Fall im englischen Original alle drei ganz oben in meinem Fantasy-Sci-Fi-Regal stehen und fand die Reihe doch auch relativ gut. Ich hatte mit dem ersten ein bisschen Probleme, weil das noch nicht so meine Tropes sind und meine Handlungen. Aber den zweiten und dritten fand ich ziemlich cool. Und diese Geschichte klingt noch mal so viel besser, auch nach so einer Mischung aus Sci-Fi und Fantasy. Denn wir folgen hier zwei Protagonisten. Einmal Prinz North, der so eine Art Prinz im Himmel ist. und dort in einer Welt lebt, die zwischen Maschinen und Technologie lebt, in einer Welt, in der Logik über alles geht. Dann wollen wir Nimm, die eine quasi menschgewordene Göttin ist, die Menschen auf der Oberfläche, die für ihr Volk auf der Oberfläche verantwortlich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Oberfläche eines Planeten ist oder Oberfläche von Wasser oder was auch immer. Das ist jetzt nicht so klar. Und sie ist auf jeden Fall dafür da, ihnen Hoffnung und Antworten zu geben und als Beacon of Hope einfach da zu sein und ihr Volk zu führen. Und die beiden, das Leben der beiden, ist auf magische Weise miteinander verwoben durch eine Prophezeiung, die auch nicht das Beste verheißt, um es mal so auszudrücken. Und auch, das habe ich das rausgelesen. Nur ist es jetzt an ihnen zu entscheiden, ob sie dieser Anziehung, der Verbindung zwischen ihnen nachgeben wollen oder doch ihre Völker retten wollen. Denn beides zusammen ist wohl nicht möglich. Klingt so gut und klingt so schön und so herzerreißend und das Cover. Ich kann es mir mal wieder sagen. Und ich weiß auch, dass Amy Kauf und Amanda Spooner gut schreiben können. Deswegen, ich bin so gespannt und freue mich so. Und es ist so, klingt so gut und nach einer herzerreißenden Geschichte von Bin Love, die bestimmt auch noch mit sehr vielen spannenden Aspekten gespickt ist. Denn es heißt auch hier oben irgendwie, dass die Autoren eine ganz tolle Geschichte erschaffen haben zwischen Magie und Logik, Schicksal und der eigenen Entscheidung und einer tödlichen Liebe. Also, wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Bei den nächsten beiden Büchern bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob sie wirklich YA sind oder dass sie so ein bisschen in die ältere Schiene gehen. Also, ich bin mir versichert, weil der Preis das doch auch immer ganz gut verrät, zumindest so im amerikanischen Bereich. Auf jeden Fall erscheint ein Buch auf das ich auch sehr gespannt bin, am 29. September nämlich. Und das ist A Deadly Education von Naomi Novik. Auch dieser Name sollte vielleicht einigen schon geläufig sein, denn sie hat so Bücher geschrieben wie Spinning Silver und Uprooted. Ich weiß gar nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber im Englischen ist es ja um diese Bücher, die auch so Märchenneuerzählungen sind, ein ziemlich großer Hype entstanden und viele lieben sie einfach. Und ich muss natürlich sagen, ich habe auch Uprooted noch auf meinem E-Reader und müsste es vielleicht mal lesen. Und ganz viele sind auch vom Schreibziel von Naomi Novik sehr begeistert und ihre Art doch auch sehr komplexe, sehr vielschichtige, faszinierende Charaktere zu erschaffen. Und auch diese Geschichte klingt wieder danach, denn scheinbar folgen wie hier so eine Art Anti-Heldin auf einer magischen Schule, A Deadly Education lässt das ja schon vermuten und alle erwarten von ihr, dass sie die böse Hexe wird, zu der sie immer bestimmt war, alle an dieser Schule und alle würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie ein großer Held oder ein besonderer Magier, der an dieser Schule ist, töten würde und zwar Orion Lake, zwischen denen sie wahrscheinlich so eine Hassliebe verbindet, so eine Rivalität, das klingt so raus, denn der erste Satz, den muss ich euch zumindest mal vorlesen, ist Also ich beschloss, dass Orion Lake sterben musste nach dem zweiten Mal, dass er mein Leben gerettet hat. Klingt super witzig und ich glaube auch, dass diese Beziehung zwischen den beiden Protagonisten oder mit der Protagonistin zu diesem Orion Lake sehr komplex und sehr nuanciert sein wird und auch ihre Art und ihr Weg, denn sie will es allen zeigen und allen zeigen, dass sie die Welt beherrschen kann, ohne jetzt die böse Hexe zu werden, die alle von ihr erwarten, aber trotzdem überlegt sie, ob sie nicht doch ein bisschen ihre bösen Kräfte freien Lauf lassen sollte. Also ich kann das ganz schlecht beschreiben, weil eigentlich muss man sich, glaube ich, den Klappentext durchlesen, um das irgendwie gut rüber zu bringen, aber es klang auf jeden Fall richtig spannend und richtig witzig auch irgendwie. Ich glaube, auch so ein sehr trockener Humor, mit dem ich sehr viel anfangen kann und ich glaube auch, die Protagonistin ist einfach spannend und da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf auf dieses Buch. Aber wie gesagt, ich muss vorher, glaube ich, mal unblooded lesen, um zu überprüfen, ob Naomi Nowick schreibt oder was für mich ist, aber für alle, die das schon lieben, es kommt ein neues Buch von ihr raus. Und dann erscheint am 6. Oktober ein Buch, was schon jahrelang in der Mache war quasi und zwar The Invisible Life of Addie LaRue von V.I. Schwab. Wer V.I. Schwab auf Twitter folgt oder vielleicht auch auf Instagram so ein bisschen, aber hauptsächlich auf Twitter, wird mitbekommen haben, dass dieses Buch wirklich ihr schon jahrelang, jahrzehntelang im Kopf herumschwirrt und sie auch wirklich hart dafür gearbeitet hat, dieses Buch runterzuschreiben, die Geschichte so zu erzählen, wie sie sie wollte und auch hart daran gearbeitet hat, sie zur bestmöglichen Geschichte zu machen. Und ja, ich weiß gar nicht so viel, außer, dass es tatsächlich so eine Art faustianischer Deal ist, der in den ein junges Mädchen mit einem Dämon eingeht und ich muss mal kurz gucken, wie sie heißt. Ah ja, Addie LaRue steht auf dem Cover, manchmal, manchmal wirklich. Und Addie LaRue geht tatsächlich einen Deal mit einem Dämon oder vielleicht sogar mit dem Teufel ein, der ihr ewiges Leben ermöglicht. Allerdings hat das Ganze natürlich einen Haken, denn jeder, der sie trifft, vergisst sie gleich danach wieder. Das heißt, niemand erinnert sich daran. Sie geht so durch die Welt und durch die Geschichte und ich glaube, wir folgen ihr auch so 300 Jahre ungefähr. Nur erinnert sich niemand daran, dass sie existiert hat und dass er sie getroffen hat. Bis sie dann eines Tages auf einen Jungen trifft, der sie doch wieder erkennt. Tja, das alles, was ich weiß, alles, was irgendwie spannend, interessant klingt und dieses Buch auch, glaube ich, sehr besonders macht. Ich muss zugeben, in der Schule fand ich Faust einfach furchtbar. Ich bin sowieso kein Goethe-Fan. Steine ich mich dafür. Von mir ist es mir egal, aber ich stehe dazu. Aber dieses Buch klingt doch auch interessant, auch wenn ich mit V.E. Schwab jetzt zumindest in ihrer Darker State of Magic-Reihe noch nicht so richtig warm geworden bin. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall mal eine Geschichte, die ich mir genauer angucken will und für alle ihre Fans doch sicher etwas, das sich zum Anschauen lohnt. Und ich bin mir auch fast sicher, dass das in das Deutsche auch übernommen wird, einfach weil V.E. Schwab inzwischen so eine große, beliebte Autorin ist und auch diese Geschichte doch noch etwas klingt, was bei uns in Deutschland sehr gut funktionieren kann, wenn ich meine, Faust kommt ja von hier. Und diese Dämonen-Deal-Sache klingt auch eigentlich ziemlich spannend. Ist auf jeden Fall sicher mal interessant, sich das mal anzuschauen. Und das fast letzte Buch ist auch ein Buch, auf das ich schon sehr gespannt bin. Ich sage fast, weil da kommt gleich noch noch ein Honorable Mention, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall erscheint passend zu Halloween am 27. Oktober Kingdom of the Wicked von Carrie Maniscalco. Carrie Maniscalco ist auch die Autorin der Stalking Jack the Ripper Series. Also Stalking Jack the Ripper, Hunting Prince Dracula, Escaping from Houdini, diese Bücher, die glaube ich nicht ins Deutsche übersetzt wurden, aber doch im englischsprachigen Raum polarisieren, so muss man so zu sagen. Manche lieben sie, manche finden sie ganz furchtbar. Aber ich bin durchaus noch intrigued, aber besonders jetzt von diesem neuen Buch Kingdom of the Wicked, Denn in diesem Buch folgen wir zwei Schwestern, Emilia und ihre Zwillingsschwester Vitoria, die beide Strege sind. Strege? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also Hexen, die versteckt unter den Menschen leben und auch so normal wie möglich zu sein scheinen. Bis eines Nachts Vitoria nicht rechtzeitig zum Dienst im Familienrestaurant erscheint und Emilia sich auf die Suche nach ihr macht und sie findet sie dann tatsächlich auch grausam ermordet und zugerichtet. Emilia ist natürlich verzweifelt und weiß nicht, was sie tun will und versucht alles daran zu setzen, den Killer ihrer Schwester zu finden, auch wenn sie dazu die verbotene schwarze Magie anwenden muss. Und dann trifft sie auf Wrath, einem Wicked, also einem der Prinzen der Hölle, wo ich mir dachte so, what? Genial, mega cool, von dem sie eigentlich schon seit sie denken kann in Geschichten gewarnt wurde. Doch er scheint ihr helfen zu wollen, denn scheinbar hat er von seinem Oberhaupt, seinem Boss, den Auftrag bekommen, diese Serie von Morden an jungen Frauen aufzuklären. Doch ist das wirklich so oder hat Wrath nicht sogar vielleicht etwas damit zu tun? Und das klingt doch wohl richtig gut. gruselig, schaurig, witchy, aber auch irgendwie faszinierend und es oben die Prämisse ist einfach auch, hat mich schon gecatcht, denn Two Serious, One Brutal Murder, A Quest for Vengeance That Will Unleash Hell Itself and An Intoxicating Romance. Also zwei Schwestern, ein brutaler Mord, eine Suche nach Rache, die die Hölle selbst loslassen wird. Allein, das war schon so, okay. Und dann als Unterpunkt noch eine faszinierende, mitreißende Romanze. Und da bin ich ja immer mit an Bord. Also ich freue mich und es ist wirklich so ein perfektes Halloween-Buch, worauf ich mich richtig freue, denn ich liebe eigentlich auch so Hexengeschichten, wenn sie gut gemacht sind. Und das klingt auf jeden Fall danach. Und wie schon gesagt, habe ich noch so ein Honorable Mention, also ein Buch, was ich unbedingt noch erwähnen will. Das erscheint zwar erst im Januar 2021, aber es ist so ein Buch, das kann nicht darauf warten, dass ich dann mein Neuerscheinungsvideo fürs nächste Jahr mache. Und das ist A Court of Thorns and Roses Band 4. Wir haben noch kein Cover und auch keine weiteren Informationen dazu, nur dass dieses Buch endlich erscheint. Yay! Also ich meine, im Deutschen wirkt es ja manchmal so, als wenn dieses A Court of Thorns and Starlight, also das Reich der Siebenhöfe, irgendwas mit Eis und bla bla bla. Der vierte ist, das ist es nicht, das ist ja nur so ein Zwischenband, Bitchband, der die erste Trilogie dann mit der kommenden Trilogie, also den nächsten drei Büchern zusammenführen soll. Ich weiß, dass ich auch das viele von diesem Zwischenband doch auch enttäuscht war. Ich nicht, weil ich wusste, dass es so ein Zwischenband ist und bin ja jetzt auch ohne großartige Erwartungen rangegangen und freue mich jetzt umso mehr, dass wir jetzt endlich ein Datum für den vierten haben und es ist der 26. Januar. Das heißt, wir haben zwar noch ein halbes Jahr zu warten, aber dann können wir endlich wieder zurück in diese Welt kehren und zu unseren geliebten Charakteren und auch das steht ja schon fest, dass wir sicherlich nicht mehr hauptsächlich Rieson und Farrah folgen, sondern potenziell den früheren Nebencharakteren und in diesem Buch dann hoffentlich Cassian und Nesta. Das ist so meine Hoffnung. Wir wissen, wie gesagt, noch nichts genaueres. Es gibt auch noch keine Synopsis, keinen Blurb, keinen Klappentext so richtig, aber es ist inzwischen schon bei Amazon gelistet und I'm excited. Und das wollte ich unbedingt noch erwähnen, dass ihr euch das alles schon im Kalender schreiben könnt, wenn ihr euch darauf freut und dann mit mir ganz gespannt darauf warten könnt. Ja, und das sind jetzt so meine Top 10 meist erwarteten Neuerscheinungen des nächsten halben Jahres im englischsprachigen Fantasy-Bereich. Top 11, wenn man so den Honorable Mention mitzählt, aber wie gesagt, das kommt ja eigentlich dann erst im Januar nächstes Jahres raus. Wollt es unbedingt erwähnt haben. Waren auch für euch einige spannende Sachen dabei, von denen ihr vielleicht noch nicht wusstet oder auf die ihr euch jetzt auch freut, die auf eure Leseliste gewandert sind, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und auch, wenn ihr noch so andere Bücher habt. Ich finde so im englischsprachigen Bereich ist es tatsächlich für mich immer ein bisschen schwierig, da alles mitzukriegen und manchmal kommen dann auch so Bücher raus, die ploppen dann so auf, wo ich mir dachte, ich wusste gar nicht, dass das so überhaupt erscheint. Aber einfach auch, weil ich mich da nicht so in die Vorschauen einarbeite, sondern das meiste eher auch durch andere Booktuber im englischsprachigen Bereich oder halt auch, dass ich viel durch Amazon erfahre, wenn er mir dann anzeigt, oh übrigens, hier kommt das und das noch raus. Ich finde so, gut zu wissen. Schön, dass du mir das auch mal sagst. Also wenn ihr da noch irgendwelche coolen Bücher habt, schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare, auf die ihr euch besonders freut. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Like da und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Musik